Moin Moin und hallo. Heute möchte ich gerne zeigen wie ihr an einer Apple Watch Ultra das Ocean Armband natürlich, denn die See ruft uns ja, wechseln könnt, anbringen und wieder abmachen und wie ihr natürlich auch jedes andere für die Apple Watch erhältliche Armband daran machen könnt. Zum Beispiel auch ein Loop Armband oder diese ganz normalen Silikon Armbänder hier. Denn Apple hat schon seit vielen Generationen der Watches dort einen Standard entwickelt, der sich sogar bis zur Ultra jetzt durchzieht. Wie werden wir erstmal das Ocean Armband zerlegen oder dranbringen? Wir nehmen die Uhr von unten an. Da sind die Scanner, die unsere Daten aus dem Körper aufnehmen können. Und oben und unten seht ihr so ein Knöpfli. Das Knöpfli ist zum Drücken da. Da können wir draufdrücken. Seht ihr? Ich kann es hier raus. Jetzt fahre ich wieder zurück, eingerostet. Ich drücke und fahre auf der anderen Seite raus. Sehr geil, oder? So, das gleiche geht natürlich auf der anderen Seite. Drücken, fahren, rausfahren, zack, wieder rein. Drücken, fahren, rausfahren, zack, wieder rein. So können wir nämlich dann das Band heraus- oder hereinfahren. So, das heißt, ich drücke jetzt einmal und fahre jetzt oben heraus. So, jetzt reicht es schon. Plöp, sind wir raus. So, geil, oder? Nun seht ihr an dem besagten Ocean Armband, seht ihr, dass hier eine andere Farbe ist, wie hier, 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 hier. Weil natürlich können wir es auch andersrum reinmachen, seht ihr? Aber das hält nicht so richtig. Das heißt also, hier wurde ein Schutz ersetzt. Also es passt schon, aber es wäre ja sinnfrei, das Apple Watchchen so rum anzudringen, weil dann wäre ja der Sender nach oben. Deshalb hat jetzt Apple sich das hier so eingeballert, dass hier ein extra Bereich ist, der dann nach unten ragen sollte an die Watch. So, das heißt also, hier ist das Armband. Wir schauen, dass wir diesen silbernen Teil nach unten bewegen und dann können wir entweder von der oberen Seite reinfahren, bis es Klick macht. Und oder, wenn wir lieber von der anderen Seite reinfahren, können wir auch von der anderen Seite reinfahren. So, zack, dann fahren wir dort von der anderen Seite mal rein. Zack. Und schon macht es Klick und das Armband ist montiert. Das gleiche gilt für die andere Seite auch. Wir drücken drauf, können es rausziehen, seht ihr? Komm raus, zack, da ist es. Jetzt auch wieder, probieren wir es von der anderen Seite, sprich, drehen es einmal um und so rastet es gar nicht ein. Ihr seht, es geht zwar, aber es ist nicht so richtig. Also ihr merkt, es passt nicht richtig. Und dann können wir es auch wieder hier genauso dort in diese Aussparung, in diesen Aussparung Schlitz einfügen, silbernes Teil zum Sender hin und fahren rein. Klick, bis es klickt. Und genau das gleiche können wir auch wieder von der anderen Seite machen. Zack, wieder raus. Jetzt fahren wir mal von der unteren Seite hinein, schau dir, sub und klick. So kriegen wir also das Armband ganz einfach rein, das Ocean Armband. Um jetzt ein anderes Armband zu montieren, gehen wir genauso vor. Das heißt, wir klicken die Entrastung, hier ist die Entrastung, draufklicken, rausziehen. Jetzt holen wir unser Standard Silikonbändchen und auch hier gilt, rein damit. Zack. Zack. Und wir sind drin. Fest. Dann können wir auch hier wieder von beiden Seiten uns bewegen. Seht ihr, ich ziehe es jetzt auf der anderen Seite raus. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil hier so viel Knies ist. Das benutze ich schon ein bisschen länger. Und dann fahre ich von der anderen Seite rein. Zack. Und so können wir das natürlich fortsetzen auf der anderen Seite. Wieder raus damit. Zack. Neues Band nehmen. Richtig rum hinballern. Und dann fahren wir wieder rein. So. Dann können wir auch hier wieder zum Beispiel von der oberen Seite, von der unteren Seite, wie wir das möchten, hineinfahren. Zack. So. Und schon hat die Apple Watch ein Silikonarmband verpasst bekommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das könnt ihr auch genauso auf dem Looparmband einrichten. Das könnt ihr auch auf einem anderen Stoffarmband handhaben. So könnt ihr also ganz easy peasy das Armband an einer Apple Watch Ultra ersetzen bzw. montieren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Sun Sun. Sun Sun. 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 Sun.